Mein Name ist Claudio, willkommen zu Garten von Bandband 4. Ja, es ist eigentlich draußen. Oder ja, wir spielen jetzt und ich kann sehen, der sechste Teil ist da. Oder let's play a new game. Ich hab volles Batterien, ne? Meine Eltern, die noch immer finden, ein Kind zu suchen, ist Zeit ein... Er klickt die Uhr, um die Zeit zu verändern. Okay. Okay, so soll ich schade. Okay. Okay, setz ich mal. Okay. Okay, so, das ist der, wo wir in Kapitel 4, also in Kapitel 3 waren. Oh, ich kann es nicht loslassen. Aber okay. Okay, also eigentlich waren wir in der dritten Teil. Wir wurden angegriffen von Bandband. Und, ähm, ja. Wir haben gesehen, Jumbo Josh kämpft mit Bandband. Dann kommt, ähm, Singaflin. Da haben wir den Trailer, die offizielle Trailer angeschaut. Und es war halt von gestern rausgekommen am Ende. Verzeihung. Ich guck mal, was in der Tür ist, oder? Oh! Ich hab' das nicht gewusst. Aber herz, ey. Ich hab' das nicht mal gesehen. Ich dachte, es war... Die Tür war offen, dass wir nicht rankommen, aber nee. Das war eine Chase-Szene. Das war eine Chase-Szene. Ich hab' doch gerade angefangen zu spielen, und dann kommt ein Chase-Szene schon wieder. Mit die zwei Köpfen-Freaks. Egal. Ja, die haben auch Language an Deutsch. Uh. Das ist neu. Weißt du schon? Ah, das ist für PC. Okay. Schau mal. Okay. Salam, Ribi. Oh, das hört sich gut hier, aber ich denke, es tut euch weh, glaube ich. Okay. Okay. Geh mal hier. Oh. Okay, ein Ausgang. Warte, wird das... Es ist zu klein. Können die nicht reinkommen? Mal schauen. Können die mich jumpscauen? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das ist wieder ein Trailer. Okay. Hä? Hä? Oh. Ah, hier ist eine. Ich denke, das ist für ihn zu klein. Für ihn Angst für den. Aber mal schauen. Ja. Oh, kacke. Okay. Eine Wand. Oh, eine neue Drohne. Oh. Eine Falle. Hatte Bam Bam mich schon wieder mitgehaut? Ey, kein Bock mit den Banban, ey. Ich hasse das. Aber ich mag die roten. Und da gab es so welche Ripp-Offs, die schon wirklich nicht gut, aber... Oh, verdammt. Oh, okay. Es ist ein Scherftorster. Oh, das ist ein Scherftorster. Und du hast es. Und du antwortest mit dem Button auf deiner Seite und rechts. Facing forward. Der Button auf deiner Seite ist ein Ja. Und der Button auf deiner Seite ist ein Nein. Okay. Question 1. Hä? In Kapitel 3 haben wir es gemacht, also ja, auf deine Mission. Verzeihung. Ja, wir sahen ihn in den ersten, in den zweiten und in den dritten. Und wir würden ihn sehen jetzt in den vierten. Really? I'm surprised you're still in one piece. Third question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ja, wir haben ihn auch gesät. Heads up. Fourth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Noch nicht, weil wir haben ihn noch nicht in den dritten oder in den anderen Kapiteln. Also nein. I thought so. You must have come from the floors above. Fifth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ja. That one gives me the creeps. Ja. We're supposed to have come in contact with the threat shown on the board. Ja, wir sind dicht gerade. Aber ich denke, ich sollte Nein sagen. Aber ich sage Ja. Okay. Okay. Oh man, der ist ein... Oh, ihr guckt mich. Creepy Augen. What a waste of time. You don't even work here. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? You know what? Follow me. We can talk more inside. Okay. 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 Ich denke, wir sind in den Königreich. Ich denke, wir sind in den Königreich. Und ich denke, wir sind mit ihm divers zu bekommen. Ich denke, wir sind mit ihnen porque es geht natürlich mit ihnen. Der Gruschen will auch mit ihnen die grimmen. Ich denke, es ist eine Gesichter. Und die von vierThrese. Ich denke, wir sind mit ihnen. Das ist eine Keshe. Er ist eine 250ische Musiker. Und wir werden hier mit Facebook outro. von der Interrogation auf ein 1 bis 10. Zero. They don't talk much. I think they came in the service. There's a new one. Did they say what they're doing down here? I'm afraid now. I think I am. A worried parent can spot another worried parent from a mind. I've heard screams in the crash room. You're here in such of your child. Yeah, we've seen the road again. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come back to the time. Alter, schau mal wie viele Sie Germanians haben. We can help with getting you back up to the upper floors. But allow us to introduce ourselves first. I am Königin Basilia. Die Das ist Sheriff Toaster Der beginnende Ich weiß, was kein Bock ist. Ich wear es zur Seite, die verlinkt des Wir haben viele eine schau mal da B Die Königin. Wir können das nicht. Oh, der Babyvogel. Warum? Die Königin Jester ist verschwunden. Wieso? Was? Wenn er in seiner Patch so welche, äh, Kekoros was innen, wo sie, äh, seine Kinder zu beschützen, ne? Das ist nicht gut eigentlich. Also wir sollen aufhalten, dass die Jester nicht die Queen, äh, äh, nicht sie lacht für die Königin. Okay. Alter, schon mal fetten Butt-Jinks. Was? Egal. Oh. Also das ist wie ein Zug. Ich dachte das würde wie ein Fahrstuhlzug. Aber ne. Brauchen wir was? Das ist der Jester. Äh, er schaut creepy. Oh, er ist weg. Gut. Sie Hagiwagis Arme ist weg. Oh, da ist eine. Also wir brauchen, glaube ich, sechs Tickets für zwei für ihn, zwei für mich und zwei für den kleinen Sohn. Wie viel hab ich? Es braucht noch mehr. Da ist eine. Da ist eine. Ah, da ist eins. Und hier ist eins. Ich denke, da gibt's noch ein paar Tickets. Und hier ist eins. Ich denke, da gibt's noch ein paar Tickets. Oh, da ist noch ein Ticket. Und eine Schlüsselkarte. Flur zwei. Also Flur vier. Weißt du's? Ja. Hm? All aboard. Okay. All aboard. All aboard. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Also wir sind hier. Und ich denke, wir gehen... You are here. Also wir sind hier. Und wir sollen hier, glaube ich. Ist das gelb? Richtig? Ja, gelb. Und dann, glaube ich, hier. Genau. Oh. 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 Das ist so traurig. Das war ja lang die Geschichte. Also er war ein kleiner, echt kleiner Toaster. Ey Leute, will die wissen, wieso ich benutze mit dem Foxy Plüschtier? Nur Spaß. Ich brauche keinen Foxy Plüschtier. Mach nur Spaß. Ich denke, wir sind hier. Richtig? Okay. Schau mal seinen fetten Buttcheeks. Oh, da gibt's was. Das Teil, das wir brauchen, sollte in der Administratoren, in den Ventilationskorridoren sein. Aber es sieht, wie die Tür ist lockt. Warte, also... Also Jesters echten Namen ist Biggle Giggles? Hä? Ich dachte, sein Name heißt Jester. Aber nicht Biggle Giggles. Was ist denn das denn? Also... Ich wollte immer fragen... Was ist das denn in einem kleinen Arm? Es scheint so aus, dass es wie eine Handpuppe ist. Oder eine Schlange oder so. Keine Ahnung. Oder das ist ein kleiner Sackenkopfchen. Wow. Okay. Das soll deins was... Ah, hier. Okay. 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 Ich denke, wir sind hier. Okay. Ich denke, wir sind hier. Okay. Oh, was? 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 Nein! Okay. Okay. I'll figure out a way to get the door open. Dein Ernst! Rain, beeil dich doch! Komm! Hä? Hi! I'm a hungry snake. Do you have any food? Äh, du kriegst Pringles, Summer Cream, Onion. Die schmecken besser. Ist das ein... Ist das eine Schlange? Das ist ein schönes Kumpfschon. Komm her. Was? Was? Oh, kacke! Das ist der Jester! Geh weg von mir! Du verdammter Freak! Okay. Okay. Der Tor... Der Tor ist offen. Sollen wir rein? Ich denke. Oh, ist wie in der Trailer. Wait. I know my enemies. We're being stopped. Hä? These fans are interconnected. They make perfect tracks. I'm sure that the way we can tell which one the rig. We just need to figure it out. Also, warte. Okay. Ich denke, wir sollen den halten. Also, er kann es hören. Und wenn er es hört, das ist eine Falle. Okay. Okay, das ist eine Falle. Das ist auch. Und das ist halt richtig. Ja. Okay. Soll das hier? Oh, ich find's gut. Komm, Sheriff. Oder willst du jemanden und geh schnappen? Ich möchte wissen, was er hat. Okay. Ich bin gut da drauf. Okay. Hier? Nope. Ach, Mann! Aber es war gut. Ich denke, hier. Wir sind fast da. Okay. Ich denke, wir sind gut da drauf. Ich denke, wir sind gut da drauf. Okay. Okay. Hey, wir sind da. Ich bin gut. Ich bin absolut der Beste. Oh, was ist das? Eine Kassette. Okay, drei Geleniums. Okay. Hä? Da ist noch eine. System ist kaputt. Ja. Oh, das ist der Teil, glaube ich, für den kleinen anderen Fahrstuhl. Ja. Oh, wir haben den ersten Teil. Also, da gibt es, glaube ich, er hat gesagt, da gibt es drei Teile, denke ich. Ich denke, er hat es gesagt. Und jetzt brauchen wir zwei Teile jetzt. Und Leute, war es mit dem Jester gut, was der aussieht? Der Jester schaut wirklich creepy. Eine auf der links ist der traurig und auf der rechts ist der glücklich. Das komische ist, soll das zwei Leute sein oder soll das Kinder gemacht? Ich denke, die Kinder wohnen, glaube ich, rein und die wohnen aus Charakter und die reden jetzt wie Männer. Oder ich denke, da sind Erwachsenen. Ich denke, Bambalina. Ich wollte wissen, wo Bambalina gab, aber sie ist weg. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich denke, wir gehen wieder zurück, wo wir gehen, als wir auf den ersten Fahrstuhl sind. Alright. Warum geht denn so lapsen, der kleine Vogel, ey? Das ist so nett und nett. Alles genau von dem Trailer? In den lila Raum? Nope. Das ist der grüne Raum. Nee, das ist der blaue Raum. Und der andere mit lila ist jetzt grün. Okay. Jetzt verstehe ich, wo ich kann. Ich kann überall gehen. Und ich habe gehört, da gibt es Secrets. Ich finde keine Secrets, weil Secrets ist so, glaube ich, schwer. Wir sind da. Also, der kleine Vogelschwell. Was war's? Ich habe keinen Bock, einfach zu lapsen zu sein. Ich bin schneller. Also, eine Bandbahn benutzt er, seinen Kopf zu bewegen, nicht seine Augen, ne? Aber die anderen benutzt mit Köpfen, ne? Boah, ich möchte mal wissen, was da drinnen ist. Also, Leute, wir spielen das ganze Spiel für 100%. Oh, wir gehen hier. Aber okay. Let's go. Aber mit dem Jester war der wirklich cool. Ich möchte mal wissen, wie er das Ende ist. Ich möchte mal den großen Monster Tower Birds sehen. Warte, das könnte. Hey, aber hier war es ein Tor. Ich denke, der Tor war verspunden. Soll ich warten, wenn Cheryl freigeht? Oder so? Okay. Es braucht... Also, in dem Spiel vergisst... Nee, sie glänzt gerne aus. Okay, ich gehe zu den Königinnen. Tschüss, ihr zwei. Okay, Sebastian... Also... Warte, ich habe auch versehen, Sebastian für euch gesagt. Also, Leute... Wenn ihr, äh... ein Fan seid zu gerne auf Bandband, like und subscribe. Und ich wollte euch sagen, ich habe schon jetzt in... Ich habe euch vergessen. Ich gebe euch den Spiel ein APK in der Link in der Description below. In seiner Website. Versprochen. Oder, keine Ahnung. Okay, ich sollte jetzt, glaube ich, in der Königin gehen und sie was fragen. Ich brauche noch zwei Teile für den Fahrstuhl. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr journey war's work. Und die ELEVATOR ein bisschen mehr usagern. Ich wollte, dass Sie wissen, wie viel ich die Dinge tun, wie viel ihr gemacht habt. Danke. Danke.